Willkommen zu Tanzender Talk City. Tanzt für Beifall und Likes. Und für einen Popteller, die um mich herumfliegen. Bei mir war das gerade zur Zeit doch. Okay, bei mir nicht ein Popteller und da ist immer noch kein Geld drauf. Immer noch kein Geld. Ich habe auch kein Kleingeld dabei. Ich könnte andere Dinge drauf tun. Ich brauche Geld damit der Popteller nicht herumfliegt. Achso. Ja. Haben Sie mal ein paar Münzen? Weil Popteller fliegt immer weg. Das sollen die uns patentieren lassen. Nee, ich verlass das Einsatzgebiet. Ich war noch gar nicht im Einsatzgebiet, soweit ich weiß. Ich habe eine Hose ran. Ja, aber eine Hose? Also noch. Willkommen. Wir kommen. Oh. Hi Leute. Gehört ihr dazu oder nicht? Aua. 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 Also wenn ihr dazu gehört, muss ich euch jetzt erschießen. Ihr hättet auch einfach gehen können. Ja. Aua. 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 Das war richtig geil. Oh shit. Flammenwerfer. Ich muss erstmal kurz. Äh. Ich bleib einfach liegen und lass mich lassen. Aua. 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 Komme ich hier an dich ran, wenn ich mich strecke. Nein. Ah scheiße. Okay, ich versuch's. Ich dreh ihm den Rücken zu und belebe dich wieder. Was soll schon passieren? Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Was ist los? Achso. Ich hab die letzten gekillt, da bist du zum Eingang teleportiert. Und dann fahren sie das Gebäude nach Conley. Ganze! Fünf Meter weiter! Statt dass sie dich einfach hinstellen. Kühn. Oh ja. Erstmal schauen was sie hier so haben. Hinter dem Tresen. Ich gehe aufs Dach. Conley ist nach hier. Gehen sie sofort aufs Dach, Agent. Was? Nein, das hat zu alt. Das hat zu alt. Macht doch nicht immer so'n Stress. Oh, da wird's erst mal blöd da raus. Erstmal chillen. Hier, den Teppich genießen. Ja, Teppich. Oh, fühl mal mit deiner Backe auf ihm. Wie grau da ist. Hallo? Ich sehe jemand. Das sieht immer nach einer seltsamen Deko aus. So was würde ich ja nicht in meinem Haus nehmen. Fond er jetzt dat so geil. Achso, warte mal. Du bist noch nicht 39, ne? Ne. Aber ich kann dir die ja trotzdem schon mal hinlegen, wenn du willst. Hinlegen? Das da. Hast du? Warte. Uh. Uh, lecker, lecker. Ich bedanke mich. Trag war euers Gerät erkannt. Ein Sammler-Richt. Ein hitzebeständiges Handy. Ein hitzebeständiges Handy. Wo ist es denn? Hier kommt wieder ran. Das ist oben, das ist auf der anderen Seite. Das kann auch oben sein, eins drüber vielleicht, ja. Oh, hier hast du Waffengäste. 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 Okay, langsam reicht's. Und was macht man da nicht ins Feuer gehen? Au, heiß. Au, scheiße, heiß. Au, heiß. Musst du schon wieder reinfassen? Au, heiß. Oh, so schloss. Sensationell. Ich wollte nur wissen, ob's an meinem Fuß genauso heißt es wie an meiner Hand. Okay? Ja. Ganz schlau. So. Das auch, das auch. Voila. Oh, hier ist ein Rädchen, da kann ich aber nicht dran treten. Aber wir können da was kaputt schießen irgendwo. Oder was ist hier so ein gelber Kasten? Hier ist so ein gelbes Kabel. Oh, führt es hin, damit ich das Feuer löschen kann. Wow, was macht das? Für Geräusche? Ah, hier ist es nicht drin. Ja, hier ist es drin. Feuerlöschanlage, einsatzbereit. Feuerlöschanlage, einsatzbereit. Feuerlöschanlage, einsatzbereit. Feuerlöschanlage, einsatzbereit. Vorwärts, Agent. Das ist der einzige Weg. Wir müssen auf das Dach. Nein, das ist noch eine Waffe. Wir müssen automatisch angehen müssen. Vielleicht haben die Cleaners das Wasser abgestellt. Versuchen Sie es per Hand wieder aufzudrehen. Per Hand? Gegnerisches Funksignal abgefangen. Die hatten bestimmt Werkzeug. Warum soll ich das mit der Hand machen? Ja, ma'am. Oh, hallo. Sehr schön. Alles durchsuchen. Alles durchsuchen. Alles durchsuchen. Alles blöden. Und durchsuchen. Und blöden. Ne? Das ist tatsächlich schon? Oh man! dann müssen wir nochmal runter aber ist doch total bescheuert wie soll man denn oder hätten wir das aus dem fenster schießen müssen oder so nein ich glaube nicht dass uns das geholfen hätte ich bin mir sogar relativ sicher dass uns das nicht hilft ich habe mich verlaufen hatte scheiße alter ich will die treppe runter und ziemlich einfach am geländer ja keine ahnung wie man da jetzt hinkommt es ist auf der karte gemerkt beziehungsweise in dem archiv kannst du ja dann noch mal hin also wir archiv da habe ich fotos von allen erschen die ich jemals gesehen habe ich höre dinge leuten ich werde von links bescheuert sovortige medizinische hilfe erforderlich oben vorne ist ein sniper und links ist irgendwas was mich auch ziemlich nervt sovortige medizinische hilfe erforderlich die sniper ist tot hier ist ein sniper ist tot da kommt einer zwei kommt zu dir treppe links hinter dir kamst du alles aus der tür gerade raus keine spur von konley vielleicht hilft das weiter echo echo das meint ihr mit echo danke für die infos zur kontaminierung ich wusste dass du es schaffst unbekannt er hat nicht die auf den mann dafür egal wo die hingehen sie kontaminieren aber wenn du weiter infos lieferst sicher doch wir reden später berecht wir haben mit der säuberung begonnen es dauert aber wir wollen gründlich sein weiter so wenn ihr fertig seid treffen wir uns beim tanker irgendwas noch ein stromkasten ein stromkasten klick ich habe hebel gedrückt warum machst du solche dinge ich bin mir unsicher was sollen wir denn hier noch untersuchen danke für die infos zur kontaminierung ich wusste dass du es schaffst ja er benutzt sie um die jtf ins visier zu nähen die jungs werden als infizierten aus dem erdgeschoss näher an sich soweit habe ich zugehört irgendwas von irgendjemand in irgendwas irgendwann der da vielleicht da seid ihr freunde oder seid ihr feinde ich habe zwar drei von euch schon erschossen aber ich dachte man sollte vielleicht mal nachfragen das und ja 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 da kommt noch eine Welle sichern Sie das Erdgeschoss und dann raus da! Welle! Macht aber nicht so eine Welle! Ich kann doch nicht schwimmen Schwimmer aus Oh no! Wow! Barbie Girl! Was? Barbie Girl! Barbary! Zieh mich mal zurück, ich brenn so ein bisschen Ich lass ihn tanzen, jetzt ganz so Vollgas geben Oh nein, er ist nicht gut! Oh! Oh! Schwere Verwundung entdeckt! Ich bin der Kampfunfähig! Wuhuuuhuhu! Ja, das ist doch so! Er kommt da hoch, er kommt da hoch! Das ist doch feierlich! hallo müssen wir wohl da hinten rum wo ist mein Lieblingslied hey bleib hier ich glaub's hakt, der wollte abhauen schwachtel russ Moment, über uns liegt noch was gelbes, was ich ja nicht eingesammelt hab oh my god scheiß das hab ich noch getan wow, wow, what the fuck Vorsicht in der Küche da hat mich irgendwas ziemlich zusammengeschissen mir wird's nicht mehr angezeigt, das gelbe aber damit ist es jetzt vorbei die Cleaners halten ein Gebiet rund um einen gestrandeten Öltanker in 2 Bridges besetzt Conley ist angeblich dort hin unterwegs wir sollten ihr einbesuchen wo ich verstehe noch die Cleaners verarbeiten dort seit einiger Zeit Öl vermutlich unter Conleys Aufsicht es gibt Hinweise auf eine Schwachstelle in ihrer Absperrung ah, Ende von Lied wow was war das schon wieder ja keine Ahnung du hast hören gehört, als wär da bei dir irgendwas explodiert oder so ha 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 schno meiner lust ha 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 alles klar ha 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 okay ich werd jetzt mal nicht ab schwer gepanzerte Gegner bewachen ein Ort in der Nähe schwer gepanzerte Gegner bewachen ein Ort in der Nähe da A Sniper dicke Snipers mit DICK Bombs und am 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 und ich so hey und die so hey oh hey oh alles klar cool, der war grad voll der krassen Beat, wo es eigentlich nur ein Gunnydeckel aufgegangen ist warte mal, hier oben ist, ist was ja, der nehmt mal den scheiß Gunnydeckel auf den Alter die gehen alle einzeln rein, okay ich mach wieder zu hey, ich wollte auch noch rein, okay, da war ich auch wieder zu nein, hey, Leute, was ist um die scheiße über uns ist auch Loot, ist grad runtergekommen ja, 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 ja eins äh auch bei dir auch noch cool, cool na, Territoriumskontroll wollte ich jetzt nicht machen, egal zuwehr Vivian, los Vivian du die Loot die Loot du die Loot du die Loot oh die aaaah elektronisches Gerät erkannt oh 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 kam aber auch ziemlich spät ich hab mir auch was überlegt es wird zeitlich um Vivian Conley zu kümmern ding ding ding, alter, was ist los, ich geh rein ja, ich hab Aura, schnell weg ist mir zu viel Bombs da draußen und ich brauch den Bombs doch hier drin viele Peacekeeper sind tot, weil Kina Conley benutzt finden sie sie und machen sie was draus viel Glück Agent die erste Mal mit lasst ihn in Ruhe tun was auch immer er tun will er ist erwachsen naja was man so nennt volljährig sagen wir volljährig voll er ist guck mal dieser Pfahl hat einen Hut getragen ich hab ihn runter geworfen ich fühl mich so scheiße ich hab diesen Pfahl seinen Hut genommen das Lager der Cheerleader doch oh oh shit oh fuck ok oh Die division ist in den komplex eingedrungen es besteht kontaminierungsgefahr nicht unter acht vom Rathot das Öl ist die Grundlage unserer Geschäfte mäh ich weiß jetzt welche knöpfe ich drücke ich drücke einfach immer irgendwelches hat bisher immer funktioniert ich weiß nicht was ihr von mir wollt direkt direkt diese grün und gelb und gelb auch nicht aus zeig mir deinen kopf nicht weg laufen meine frisse zeig mir was ihr habt oder zeig mir was du hast und lasst da weiter der hose an zu bilden gefällt mir die position nicht ist so offen 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 wie meine hose katt irgendwie hat dieser kampf gerade überhaupt keine action der ist einfach langweilig und nervig ich weiß schon gar nicht mehr wo vorne und hinten ist aua aua alter was war das denn einer da drunnen vielleicht hat die was auf sich abgeworfen dann haben sie überhaupt nicht umgekommen ach du kannst du dich doch einfach mal legen und pack mir an den popo damit die der mit drinne bleiben ich helfe dir beim popo fassen anstatt dem eurchen weg gehe ich den schweren weg hoch den zugang zu den tunneln zu sperren das ist alles training aua ein knopf ich weiß ja jetzt welche kirche ich trinken muss oh 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 damit habe ich nichts zu tun das war schon so das war schon so die division dringt im komplex weiter vor sie nähert sich den sandwänden verteidigt das öl zu viele leute bauen auf unseren erfolg äh gut dass ihr uns keine geheimtipps gebt also hör nicht zu dass sie den geheimgang da rechts nehmen da hinter dieser genau da ja den nein den anerknoff wenn sie den drücken dann haben wir ein riesenproblem und macht meine drohne schon wieder nichts ja sehr gut nachdem alle gegner tot sind hat sie sich dann dazu entschlossen zu explodieren ich habe eine ausführungsdrohne in dem gebiet ich melde mich heute ich konnte nicht mehr okay das ist hier Müll das ist eine Mege Müll, ja das ist New York das war gierig, gierig an die Kisten wer weiß was da drin ist leckere dinge vielleicht vielleicht was zum daschen oder zum spiel ähm, Moment, wie bist du jetzt da jetzt hingekommen? Kühlpumpen entdeckt ach, hier drüber oh, meine Fresse kühlpumpen entdeckt ja, das habe ich dann auch ein Sprengstoff, regen ja, bom 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 bam bam das ist ein gelbes Kabel das sind böse Gegner böse Menschen oh ja wie es aussieht sind wir noch mehr Kühlpumpen sie wissen was zu tun ist äh, erklär es mir doch nochmal äh, mir hat das noch keiner erklärt ich will auch ich will ich will ja Sprengstoff legen juhu Kühlpumpensystem ausgeschaltet ich sagte doch, das wäre dein Spaß das ist ja wirklich ein Spaß wer mag es nicht unterlegene Gegner zu schikanieren anzuzünden zu verprügeln zu beschießen und in die Luft zu bejagen und in die Luft zu bejagen und in die Luft zu bejagen ey mal sehen wie wir sie noch auf die Palme bringen können auf die Palme? so wie Affen? ja oh ich dachte es wäre eine Box zu looten aber es ist einfach nur ein gelbes Netz ich bin schon so neben der Kamera es hat nicht mal geleuchtet ja aber es war gelb worab ich irgendwas es musste was gutes sein Feinde in der Nähe entdeckt ja Feinde 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 entdeckt hier ist Munition Spezialo Munition Spezialo Munition Spezialo Munitiono ich will doch nicht runter ich erschieße die Verlierung weg ich muss die Verlierung jetzt muss ich runter auch Center äh so ist auch genau da vor Kilo Pombo Pumbo das ist Pumbo gestört Das ist Musik in meinen Ohren Ah, ich dacht schon, es passiert gar nix mehr. Ah, Feinde! Oh! Oh! Oh, hinter uns, alter. Niiicht cool. Ah, warum machen wir jetzt mal das kleine Zeug weg? Oh! Euer Boss ist scheiße! Ey, was zur Hölle war das? Schwere Verwundung entdeckt! Scheiße! Ey, was ist denn hier los? Ich werd von irgendwo beschossen, ich weiß nicht von wo. Verliert so viel Leben. Wuuuh! Oh, Kacke! Von Lea wurde auf dem Tanker gesichtet! Sie ist durch den Riss in der Mitte geflüchtet! Bleiben Sie dran! Sie haben Sie verstanden! Okay. Es... Wo? Warum? Lassen Sie sich nicht überrumpeln! Nicht überrumpeln lassen! Und auch nicht unterrumpeln! Oder nebenrumpeln! Oder gerümpeln! Lass sich ganz besonders nicht gerümpeln! Den Tanker erreichen! Ist das schon nah genug? Echo in der Nähe geortet! Echo! Echo in der Nähe entdeckt! Ja, ja, ich hab's gehört! Echo! 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 Ich hab meine Tür geöffnet da hier! Oh, oh! Ja! Mit besonderen Dingen! Echo! Wer ist der Techniker? Schalalalala! 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 Ich hab' ich so das Gefühl, wir waren hier schon bald! Vielleicht hab' ich mir auch den Trailer nur so oft angeschaut! bis ich es endlich geschafft habe meine drohne zu platzieren hast du schon alle erschossen ein mächtigen kugel ich glaube da hinten war was zum abstellen ist besonders geil weil das feuer die ganze zeit auf dem griff war was das einfach angefasst richtig cooler typ ist auch seiner das ist keiner mehr klopft mir was gelbes hin was hast du getan das sind aber mächtige zauber gelbe zauber ein gelber zauberstrahl ja ich kann nicht mehr weg wollte nicht drüber steigen moment du hast mich kampfunfähig gemacht okay der stand da unten gott ich das nicht geschafft wahrscheinlich hast du fast oder so neben mir getroffen das ist lustig nein nicht so sehr wie du jetzt meinst rechts hinter den oh shit ein agent braucht unterstützung ne brauchst du hilfende hand oh warte ich krabbel ihn tot geh einfach mal füßen runter ein die kann ich öffnen ich die gedreht mit den dreharmen e und an Ah, hier. Sehr gut. Gut, 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 gut. Ja, lauf! Ja, ich finde, das Virus sollten wir auch mit Feuer auslöschen. Was da noch keiner auf die Idee gekommen ist, als gesagt wurde, das verträgt keine Hitze. Wer hätte einfach Menschen verbrennen sollen. Ich weiß nicht, warum du mir schon wieder folgst. Du weißt, was ich... Hallo! Aber gab's ja noch was zu looten? Warte mal, da hinten ist wieder eine Tür, wo Feuer vor ist. Siehst du irgendein Ventil noch, ein anderes? Ventil... Ah ja, da unten. Da unten. Ich sehe mächtige Dinge. Ist du unter oder solche? Nicht gehören. Okay. Wenn ich runterkomme. Oh, einmal hin. Einmal wieder auch. Komm ich da links rum. Ja, oder? Äh, links. Bisschen glatter Gitter. Oh, ich sehe es gerade. Oh Gott, dann auf die andere Seite. Oh. Ich versuche, so lange es mit meinen Schüssen zu bewegen. Immer ein Steck. Oh, ich habe in die falsche Richtung geschossen. Ja, so hat das ja nicht funktionieren können. Und jeder auch. Warte, das hier ist noch an. Hier muss noch eins sein. Ach, da unten. Ganz unten. Ganz unten. Ganz unten. Ganz unten. Na, du hast Augen? Gut. Augen in Kopf. Ja, ja, ja. Hat funktioniert. Sehr schön. Ah, nicht. Klettern, Kisten hoch. Oh, wow. Wahnsinn. Juhu. Gut, dass wir das getan haben. Oh, wow. Klau. Da verlaufe ich nicht. Da verlaufe ich nicht den ganzen Weg zurück. Es war auch nur eine einzige Kiste. Wahnsinn. Meine Zaubern lassen. Ach. Deine Verzauberung. So, und jetzt? Ah, es geht weiter. Wir mussten erst auf dich warten. Und dann hat der Checkpoint gesagt, wir dürfen weiter. Entkampf? Entkampf. Weiß ich nicht. Ist Entkampf? Wir müssen nur Bereich sichern. Keinen Bereich töten. Aber kann mal irgendjemand da irgendwo rauskommen? Ja. Wie man diese Zeit schinden. Wie man diese Zeit schinden. Oh. Was für das? Ja. Cool. Und dann ist das nochmal so gut raus. Ja. Das ist so. Iw das. Der ist so weit weg. Da haben wir ihn blöd. Oh. Ich schwebe. Ich schwebe. Oh. Oh Gott, diese berührende Klo-Musik. Die Klo-Musik? Sniper, daun! Daun auch daun! Okay, huul, huul, huul! Do-do-do-do-do-do-do-do oke, canal, okay, k uh! Oke, k ? Uuuh! Jaa fast heruntergefallen. Da liegt was Blaues, das muss ich doch mitnennen. Mächtiger Fehl Fehl was? Fehl? Fehl weg Was kommt denn schon wieder? wäsche raus ich weiß auch nicht wir waren zu langsam dick und gelb und der macht mich nicht kaputt ei 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 ich mach ihn kaputt dann seht ihr wer hier der kaputtmacher ist kaputt raus ich warte auf dich ich warte auf dich ja dann können wir weiter boah also das ist eine echt lange Mission Hilfe Hilfe muss Hilfe muss hilft helft aber ich hab doch höheren Angst unbekanntes Netzwerk entdeckt mein Bauch ist voll asch ok ich kann ja suchen ok Böbel Baum was weiß ich die 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 alles klar bei dem hohohohohohohoho also macht der hunger jajaja es ist hungerzeit Hungerzeit richtig hunger Zeit Prozent sie nun Feuerstrahl an mir vorbeiruschen Prozent ja so machte das so kriegen sie nicht Oh oh, ich geh hier weg. Das ist ne sehr gute Idee, ich schieße ihm so lange in den Brücken. Juhu, Stunde 40, ich geh! Wir könnten versuchen sie zu zerstören. Ihr und ich, wir sind uns ziemlich ähnlich, wenn man es genau betrachtet. Wenn man davon abzieht, dass ihr Männer seid und ich eine Frau. Irgendwelche Leute erschießen, die euch angreifen und ich war lustig und erschießen. Aber ansonsten sind wir uns sehr sehr ähnlich. Ich freue mich immer, dass ich jemanden umbringe und dann ist er neuer da. Was soll das jetzt sein? Wie schalten wir das Ding da aus? Achso, von hinten. Einer muss den ablenken und der andere muss hinten draufstehen oder was? Ich hoffe nix. Ach da oben? Ja, oben, genau. Jetzt. Oder geht das nach vorne? Der muss ja von vorne, ja klar, muss ja von vorne gehen. Du kannst das ja auch alleine spielen. Ich dumm. Du nicht fragen mich. Ich dumm. Was ich eins Seiten weg gemacht habe. Oh nein. Ich weiß nicht, ob was ich schießen muss. Da sind so Kästchen drin. Zwei hab ich. Zwei! Das ist fast wie drei. Oder zwei. Ich hab nur das eine Ding gesehen, aber irgendwie. Du hast nicht die geringste Art und was du anrichtest. Wo war das dritte? Was das für unsere Sache bedeutet. Von dem. Von dem. Von dem Rohr. Ich hau ab. Nein, geh weg. Au. Alter, bist du dumm. Ich bin down. Ich hab auch gleich. Oh, kacke. 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 Ich hab auf den Nebel geschossen. Der hat sich erzündet. Boah, scheiße. Hat mich verbrannt. Ja, keine Chance. Fick dich. Ich hab mich. Ich hab mich genau da hingerollt, wo noch ein Gegner war. Da rennt einer mit dem Schild rum. Ein Gelber. Oh, der da? Ja, der da. Oh. Wo liegst du denn? Unten? Oh, fuck. Nee, nee, nee. Weg, 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 weg. Sofort. Nein, ich bin down. Fuck, ey. Ja, ey. Was ist das so ne Scheiße? Ohhhh. Den hab ich noch aus dem Augenringel gesehen. Jetzt der Wichser. Jetzt der Wichser. Kann mal sowas von. Sorgt noch einer. Ja. Brüder. Wichser. Ja. Wichser Pops. Hat er jetzt davon. Hat er das. Na. Na. Na und dann das Öl. Ja. Na und dann das Öl. Na und dann das Öl. Ölchops. Ja. Aber da tanzt einer mit. Wtf. Ich geh hin. Oh nein. Muss nachladen. Nicht gut. Aber ich hab gesagt ich geh hin. Ich geh wieder hoch. Ich geh wieder in mein Büro. Wart euren Scheiß alleine. Sie haben sie aus ihrer Deckung gelockt. Jetzt schalten sie sie aus. Ja, aus der Deckung. Aufkommen. Ich hab' ein. Ich hab' ein. Ich hab' ein. Ah. Ah. Haftgranaten. Haftgranaten. Die kannst du durch Doppel- also durch Rollen abschütteln. Darauf achten. Wenn du so ne brennende Ladung an dir hast. Kraftkollosch. Nein. Haftgranaten. Oh shit 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 shit. Die sind voll auf dem Präsentierteller. Eeeeg. Quasi wie auf dem Teller wo man präsentiert. Du meinst die Schädelteller? Geiger kann er? Geiger kann er. Geiger schäller. Geiger can er. Geiger kann er. Bäh. Bom. die rüstung ist darunter das ist von der ok das war es der der wir haben das Problem ja die wusste man hat die vorzulassen hast du aber gesehen ja da habe ich auch sauer sich das immer so anstarrt Fertigkeit entdeckt ja schnappen sie sich alle hinweise, die sie finden init ja 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 Conley war unersetzlich für die Cleaners. Ohne sie dürften wir einen Rückgang ihrer Aktionen feststellen. Wir schicken ein Team zur Sicherung des Tankers. Conley hat von dort aus Operationen durchgeführt. Wir finden also sicher etwas Interessantes. Allein das Öl ist ein großer Gewinn für uns. Die J-Winter damit unsere Generatoren betreiben. Ergekommen. Sehr gut, Agent. Rote Schädfertigkeit erhalten. Ja, damit haben wir seine vier Notenens rausgeschrieben. Auf Liberty Island. Ja, kommt direkt nach drei und so auf fünf. Conley hatte eine geheime Hintertür zu ihren Kommunikationskanäle. Oh, eine geheime Hintertür? Die Spoofs rausfiltern. Und dank der Daten von Chinas Agents haben wir die Quelle isoliert, die von der Drohnenaufläre bestätigt wird. Er ist definitiv auf der Insel. Oh, oh, schön, Sie darfst uns nicht kommen. Ich bin diesmal dabei, Agent. Wir treffen uns am Fährterminal. Oh, diesmal ist sie dabei. Geil. Kelso, ja. Ja, haben wir endlich die vier Notenens. Beim nächsten Mal gibt es dann China-Action. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.